Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play oder anders gesagt Gameplay von Contact Wars. Gerade eben hat man noch die andere KD gesehen, die ich ebenfalls mit dieser Shotgun gespielt habe, denn das ist die MP133, eine sehr oft dunste Shotgun und wie ich zumindest finde, ist sie ziemlich okay, wie eigentlich schon jede Shotgun, weil die haben unglaubliche Reichweiten und machen ziemlich viel Schaden. Ja, ganz am Anfang habe ich noch ein bisschen gefehlt, aber das mache ich eigentlich in den meisten Aufnahmen, da wird es immer ein bisschen komisch, aber zum Ende hin wird es natürlich immer besser. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass die KD ziemlich okay war und zumindest die Kills waren ziemlich gut und dass ganz am Ende oder so Mitte bis zum Ende hin kommt noch ein wunderschöner Kill, anders gesagt ein Travelkill, den ich auch ziemlich gut fand, aber mit der Shotgun ist es halt unbedingt nicht wirklich schwer, denn wie schon gesagt, sie ist ziemlich gut. Aber ihr seht einfach selbst, viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.